Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Frank und das ist Tom. Ich möchte gern etwas sagen. Aber nur weil du das möchtest, macht es dich noch lange nicht zu einem Möchtegern. Ein Möchtegern möchte nämlich nicht gerne Dinge tun, sondern er möchte gern Dinge sein. Raumfahrer zum Beispiel. Wenn er dann auf der Hochzeit seiner Schwiegermutter fachmännischer Astronautensprache benutzt, werden alle herzlichst applaudieren. Wenn sein Nachbar Dritten Grades jedoch auch eingeladen wurde, der auch Astronaut ist, wird er an deiner Ausdrucksweise erkennen, dass du gar kein Raumfahrer bist, sondern nur ein Möchtegern-Raumfahrer. Verstehst du das? Du bist kein Raumfahrer, Tom. Aber Frank, das wollte ich doch gar nicht sagen. Ach so. Na, wenn das so ist, seid auch das nächste Mal wieder dabei. Euer Frank. Und Tom.